Weißt du, was dein Problem ist, Kirk? Was? Du bist ein Moodle. Ein Moodle? Ein männlicher Pudel. Die Frauen wollen mit dir spazieren gehen, sie wollen dich füttern, sie wollen dich knuddeln, aber keine Frau will es mit einem Moodle treiben. Sie würden ihn niemals vögeln. Niemals. Oh, oh, sieht dir das an. Danke, Kirk. Ich glaube, ich habe mein iPhone verloren. Entspann dich, ich rufe es an. Hallo? Hallo, ein Glück, Sie haben mein Telefon, würden Sie es für mich auch bewahren? Sie sollten Ihr Telefon ausmachen, das schadet dem Flugzeug. Sind Sie Flugzeugdoktor? Nein? Dann halten Sie einfach die Klappe. Ich möchte mich bei dir bedanken, stehst du auf Hockey? Ja, tue ich. Ich check's nicht, wieso will sie mit mir ausgehen? Bist du nervös? Ja. Mal ganz ehrlich, er ist eine vier Minus, aber diese Molly ist eine glatte Eins. 20 Minuten mit deiner Familie und sie beantragt eine einstweilige Verfügung. Schönes Ding. Ich habe ein Mädchen mitgebracht, also bitte benimm dich nicht wie ein Idiot. Sind Sie eine Nutte? Dylan. Eine Prostituierte, meinte ich. Nein. Na dann schwimm eine Runde mit uns. Ja. Ich habe leider keinen Badeanzug hier. In Unterwäsche geht auch. Unterwäsche wäre absolut in Ordnung. Wenn ich welche anhätte. Einer wie Kirk ist doch normalerweise nicht ein Typ. Du nimmst ihn bloß, weil er eine sichere Nummer ist. Cam, das ist Kirk. Wir waren mal zusammen. Gott ist mein Zeuge. Ich werde sie wieder zurückkriegen. Ganz ehrlich? Mit dem würde ich auch ins Bett gehen. Es gibt eine Million Beispiele dafür, dass Typen wie Kirk schöne Frauen abkriegen. Und zwar der französische Präsident und diese Extra von Mick Jagger. Der macht es ihr garantiert auf Französisch und kennt sich mit beiden. Das ist jetzt aber... Allein der Gedanke, wie ich nackt vor ihr stehe, jagt mir Angst ein. Du hast dich doch hoffentlich gut vorbereitet, oder? Von zum Teufel redest du. Ich rede von dem. Nein, 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 nein. Das ist super. Denn es ist sauber. Das ist ein Look, der einlädt und sagt, hey, dein Mund wird sich hier wohlfühlen. Rasier's einfach wie dein Gesicht. Aus meinem Gesicht baumeln aber keine verschissenen Eier. Zu scharf, um wahr zu sein. Und wie kann das jetzt nicht schwul sein? Voila. Am 22. April im Kino.